Mein Name ist Marina Hanke, ich bin Gemeinderätin von der SPÖ in Wien. Junge Menschen sollten genauso wie alle anderen Menschen in die Politik gehen, weil es einfach darum geht, sich einzubringen, seine Meinung zu sagen und auch die Möglichkeit zu nutzen, mitzubestimmen. Das kann im Rahmen von einer politischen Partei sein, das kann im Rahmen von einer Organisation sein, aber gerade junge Leute haben, glaube ich, oft das Gefühl, dass sie nicht gehört werden und das kann man auch nur durchbrechen, wenn junge Menschen sich einbringen, aktiv dabei sind und da auch ein bisschen am Tisch schauen manchmal.